Hallo Leute, hier ist wieder Tulipra 14 und heute ist es endlich soweit. Ich starte nun offiziell mein allererstes B.O.B. Für diejenigen unter euch, die noch nicht wissen, was ein B.O.B. ist, wollte ich das nochmal erklären. B.O.B. steht für Battle of Bladers und das ist halt, wenn zwei YouTuber gegeneinander antreten in einem Beyblade Kampf. Aber das ist dann halt nicht so, dass sie sich treffen, sondern über ein Video. Und zwar habe ich hier meine zwei Kombos, die wollte ich euch gleich nochmal genauer zeigen. Ähm, jedenfalls könnt ihr eure Kombo dann in diese Kommentare, also in die Kommentare dieses Videos posten. Und dann werde ich ein Video machen, wo eure Kombo, die ihr erstellt habt, ganz persönlich, gegen meine Superkombo kämpft. Mal schauen, ob ihr es schafft, meine zu besiegen. Ähm, okay. So weit jetzt erstmal zum B.O.B. Äh, ihr, also die Liste mit allen meinen Beyblades und den ganzen Teilen, die ich hab, äh, stehen auch nochmal, ähm, also steht alles nochmal in der Videobeschreibung. Könnt ihr da nochmal nachgucken. Ich habe gestern übrigens noch ein Collection-Video gemacht. Äh, das wäre auch super, wenn ihr es euch nochmal anschauen würdet. Ich glaube, das würde helfen. Und ja, übrigens, Züngstums sind nicht erlaubt, da sie, ähm, zu schwer sind da. Naja. Okay, äh, ich wollte jetzt auch nicht mehr so viel drum herumlabern, deswegen zeige ich euch jetzt auch erstmal diese zwei Kombos, gegen die ihr kämpfen könnt. Die erste Option ist Flash Pegasus, GB-145-RF, ein sehr starker Angriffstyp, aus Smash-Tex spezialisiert. Und, meine zweite Kombo, Diablo-Wolf-125-SF. Ich weiß, 125-SF ist, äh, nicht gerade so stark, aber da habt ihr halt eine bessere Chance. Ich mag die Teile einfach. Ähm, okay. Ihr könnt nicht gegen beide gleichzeitig kämpfen, halt, äh, aber ihr könnt, äh, solltet schon sagen, in den Kommentaren, gegen wen ihr kämpfen wollt. Äh, ihr könnt auch gegen beide kämpfen, aber dann nicht so in genau einem Video, sondern ich mache zwei separate Videos. Einmal dann gegen Flash Pegasus und einmal dann gegen Diablo-Wolf. Ja, okay. Ähm, mal schauen, ob ihr, ähm, alles habt, was es braucht, um meine Super-Kombos zu besiegen. Hier noch einmal Flash Pegasus, GB-145-RF. Verdammt stark. GB-145. Sehr gut. Für Smash-Tags und Diablo-Wolf, ein sehr starker Gleichgewichtstyp. Ähm, die Kampfe werden übrigens hier in meinem Balance-Stadium stattfinden. Und ich glaube, das war's dann auch erst mal wieder für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.